Und wir zeigen euch einen Praxistest, was so ein Gitterrost wirklich abkalkt. Wir haben jetzt hier eine Teststrecke aufgebaut für ein GFK-Gitterrost. Das, was wir testen wollen, ist dieser Bereich hier. Erstmal testen wir das mit einem Abstand von 750 mm. Wie ihr sehen könnt hier, haben wir die auch ziemlich gut eingehalten. 75 cm. Wir gucken uns also die Durchbiegung an, wenn der Reifen hier draufsteht, also die vordere Achse. Aktuell haben wir eine Durchbiegung in der Mitte von 244 mm. Stopp! So, 244 mm hatten wir vorhin. Jetzt haben wir 234 mm. Also eine Durchbiegung von 10 mm, 1 cm. So, jetzt stellen wir den Auflageabstand mal auf 1 m ein. So, nach wie vor 245 mm an dieser Stelle und derselbe Test noch mal. Ja, noch ein bisschen. Stopp! Passt! Jetzt sind wir hier bei 220 mm. So, ich bin gleich mal gespannt. Die Unterstützung haben wir weggenommen. Da haben wir also jetzt hier die vollen 1,50 m Auflageabstand und nach wie vor 247 mm. 1,50 m Auflageabstand und nach wie vor 247 mm. 1,50 m Auflageabstand und nach wie vor 247 mm. Äh, Quatsch, 17, ja doch, 17 cm, 170 mm, biegt sich also schon mal gewaltig durch, hält aber. Das ist das, was ihr von GFK erwarten dürft, dass man eine große Durchbiegung hat, lange bevor es bricht. Das wäre ja schon was, wenn sich das in Natura so verhalten würde, da würde man schon nicht mehr gerne drauf gehen wollen. Hält aber trotzdem noch. Und zwar an dieser Stelle jetzt gerade 600 kg bzw. ein bisschen mehr, weil auf der Vorderachse des Autos ja noch mehr Lasten ist. Wir gucken, ob er gleich aufliegt. Ja, noch ein bisschen. Stopp. Jetzt messen wir hier auch noch mal. Hinterachse hat also deutlich weniger Angewicht. Da haben wir hier noch eine Durchbiegung von 183 mm. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht mit einem Radlader, der hier gerade zufällig in der Gegend ist. Ob wir die Gitterroste kaputt kriegen oder nicht. So, machen wir noch mal ein bisschen. Okay, stopp. Jetzt haben wir hier eine Durchbiegung von 190 mm, die noch da sind. Hier haben wir an dieser Stelle 147 mm. Warum ist es ja recht so schwer? Wenn du jetzt eine Stunde zurückfährst, ja dann lebt auch ein bisschen. Ja, okay. So, wie ihr seht, das ist unser Gitterrost. Ihr seht, das ist immer noch begehbar, obwohl man eigentlich sagen würde, nach den Belastungen, die das erfahren hat, würde man es jetzt austauschen. Ich kann mich aber ohne Probleme draufstellen. Durchbiegung ist auch okay. Fühlt sich auch gut an beim Rüberlaufen. Deswegen funktioniert. Ihr habt jetzt gesehen, was so ein Gitterrost an mechanischen Belastungen abkann. Beim nächsten Mal zeigen wir euch dann, wie ein GFK-Gitterrost aussieht, wenn es beflammt wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ein GFK-Gitterrost aussieht. Aber warum setzt man das überhaupt ein? Was sind Vorteile vom GFK-Gitterrost, Stefan? Natürlich macht das Ganze keinen Sinn, wenn ich jetzt eine GFK-Konstruktion habe für eine Gangway, also für einen Laufsteg, dass ich am Ende sagen muss, aber wir haben jetzt alles aus GFK, aber das Gitterrost machen wir aus Metall. Total. Tatsächlich will der Kunde ja aus Gründen der elektrischen Isolierung, der Säurebeständigkeit, also der umgebenden Medien, all die Dinge, die du schon in der Vergangenheit angeführt hast, ist eine komplette GFK-Konstruktion gewünscht. Also das sind eigentlich die Gründe. Gewicht, Brandschutz, elektrisch isolierend, Säurebeständig. Genau, da haben wir noch den Fall, wenn wir so einen GFK-Gitterrost schneiden, ja, dann entsteht Staub, wenn ich da mit einer Trennscheibe rangehe oder mit einer Säge, aber kein Funkenflug. Elektrisch nicht leitend, ja. Wir könnten so einen Gitterrost aber auch elektrisch haltleitend herstellen durch irgendwelche leitfähigen Lacke oder auch indem man das Gitterrost wirklich so fertigt. Geht auch, ist aber dann ein Kundenwunsch und der wird teuer. Das können wir auch schon mal sagen. Die sind sehr teuer, also weil das wirklich spezielle Gitterroste sind. Und die auch handgefertigt werden dann, ja. Die hatten, also das haben wir tatsächlich schon gehabt, wo einfach die Zwickmühle war, nehme ich jetzt einen Stahlrost oder einen GFK-Gitterrost. Der Stahlrost war gegenüber den Schwefelsäuren und dergleichen, die da im Einsatz waren, vor Ort einfach nicht beständig genug, weswegen man schon einen GFK-Gitterrost haben wollte. Nichtsdestotrotz hatte man die Erfahrung gemacht, es lädt sich alles statisch auf und es muss entsprechend geerdet werden. Ja. Und an solchen Stellen kam dann schon mal so ein Gitterrost zum Einsatz. Ja. Es ist leicht. Also ihr habt vorhin gesehen, wir können es ohne Probleme locker tragen. Ist ein bisschen scharfkantig, da muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht kaputt macht, wenn man schweres Gitterrost trägt. Also so ein Gitterrost hier an der Stelle, 19 Kilo den Quadratmeter, hängt natürlich von der Dicke ab, aber 38er Gitterrost mit 38 mal 38 Maschenteilung, 19 Kilo den Quadratmeter ungefähr. UV- und Witterungsbeständig. Wir haben eine Rutschhemmung in der Oberfläche. Ja, das sind so eigentlich die Hauptgründe, weswegen man GFK-Gitterroste einsetzt. Ja, Wartungsfreiheit. Genau, Wartungsfreiheit stimmt. Ja. Ja, rostet nicht. In welchen Branchen setzt man das klassischerweise ein? Also hauptsächlich sind wir da diesbezüglich in der Chemieindustrie unterwegs, im maritimen Bereich, also auch mit Salzen. Genau, Salze. Ja. Kühlturm fällt mir noch ein, Klärwerke an der Stelle, wo ja auch aggressive Medien sind, Papierindustrie. Kläranlagen, wie du schon sagtest, das haben wir auch schon viel gehabt. Genau. Das ist auch korrekt. Ja, und wenn euch dazu noch Anwendungsfälle einfallen, schreibt die gerne in den Kommentar rein. Hast du schon Bezug genommen auf die verschiedenen Harzsysteme? Haben wir noch nicht. Verschiedene Harzsysteme gibt es natürlich für GFK-Gitterroste. Also grundsätzlich kann ich so ein Gitterrost natürlich mit verschiedenen Glasfasern oder auch Carbonfasern aufbauen. Wird dann nur sehr teuer, aber tragfähig. Harzsysteme ist das, was man eher variiert. Das sind wirklich Ortoftalharze, sind eigentlich die günstigsten an der Stelle. Isophtalharze, das ist so ein Standard, den man einsetzt mit einer guten chemischen Beständigkeit. Will ich eine höhere chemische Beständigkeit haben an der Stelle, bin ich bei einem Phenylesterharz. Brauche ich eine sehr hohe Brandbeständigkeit, ist man beim Phenolharz. Das ist mal so ganz grob, wenn ihr da Detailfragen habt, ja dann bitte uns ansprechen. Wir können da entsprechend beraten, in was für einem Bereich man welches Gitterrost einsetzt. Weil wir haben ja auch noch die Chemikalienbeständigkeit, wo es natürlich auch einen Unterschied macht. Habe ich das Gitterrost über einem Säurebecken, wo nur ein bisschen Dampf rankommt und der Säuregehalt gering ist? Oder ist das eingetaucht 365 Tage im Jahr in irgendein Säureband? Macht natürlich schon was aus. Weil ich dann auch schon das ein oder andere Kundengespräch hatte, wo man dann gesagt hat, man kann das in Schwefelsäure einlegen. Ich sage, nein, Gott bewahre, also dauerhaft in Schwefelsäure, das hält auch dieses Gitterrost nicht aus. Man kann alles in Schwefelsäure einlegen, ist nur die Frage, was davon überbleibt. Ja, also das ist eine Frage der Zeit, der Dauer, also wie lange man das davor hat. Also wir sagen eigentlich immer, im Havariefall gehen wir davon aus, dass die Konstruktionen gespült werden mit Wasser. Und dann ist man immer auf der sicheren Seite. Also Säure, das ist ja auch immer, wie viel Prozent und dergleichen. Und das kann man ja auch durchaus mit Tests dann belegen. Wenn ein Kunde einen Sonderfall hat, den er so noch nicht hatte, den wir auch nicht kennen, wo wir keine wirkliche Antwort drauf geben können, bietet sich das immer an, dass wir Musterstücke zuschicken, man mal wirklich einen Test macht im eigenen chemischen Labor. Chemie, wir haben sowas klassischerweise. Und dann kommt man schon zum Ergebnis. Es geht jetzt um die Begehbarkeit von GFK-Gitterrosten. Also entsprechend der Norm ist es ja so, dass wir 1500 Newton, also 150 Kilo, auf 200 mal 200 Millimeter Fläche aufbringen, an ungünstigster Stelle. Und dann darf das Gitterrost, wenn es jetzt hier einen Auflageabstand hat von, sagen wir mal, einem Meter, dann darf es einen Meter durch 200 an Durchbiegung haben. Um Begehbarkeit einzuhalten an der Stelle, müssen wir sagen, so ein Gitterrost hier 38 hoch, muss alle 700 Millimeter unterstützt werden. Dann hat man die Norm erfüllt, nach der man so ein Gitterrost begehen kann. Funktioniert. Ihr habt jetzt gesehen, was so ein Gitterrost an mechanischen Belastungen abkann. Beim nächsten Mal zeigen wir euch dann, wie ein GFK-Gitterrost aussieht, wenn es beflammt wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Danke.